Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4. Samuel ist traurig und schaut seinen Papi an, wie er auf dem Frühstückstisch ist. Ja, und er ist ganz hungrig und hat nichts zu essen. Was macht denn nur der böse, böse Vati? Ihm nicht einfach was zu essen geben, also muss Samuel Papi um Essen bitten. Warum kümmert sich Papi nicht um Samuel? Ach, was eine traurige Geschichte. Papi ist hier, isst mit einem S. Muss man das verstehen? Nein, na gut, zweiter Versuch. Und dann kann man das hier draufklicken. Naja. Essen. Ja, sehr schön. So ist es in der Arbeit. Muss man das verstehen? Spiel? Nein, was ist mit dir? Ah, du bist zurückgelassen. Ach, nein, verlass mich nicht, komm zurück. Oh je, er muss das Klo. Papa, Papa. Was? Ja, aber, oder? Wo geht du? Ähm. Ähm. Muss man dieses Spiel verstehen? So, und du musst Kaki machen. Oh, nein, nein, nein. Äh, äh. So. Wir warten einfach, bis er steht. Und dann müssen wir ihn fragen. So. Hilfe. Jetzt Tröpfchenhilfe. Äh, Töpfchen, Tröpfchen. Was ist denn hier los? Willkommen Meilenstein. Vielleicht ein Meilenstein. Was hast du denn bekommen? Oh, Lachen. Jo. Die kleine Lachen bekommen. Jo. Sozial. Brabbeln lernen. Cool. Baba Kaka. Äh, ähm. Muss man dieses Spiel verstehen? Ich bin froh, wenn sie Kinder geworden sind. Weil, ähm, ja. Oh, Mann. Manche Eltern würden, ähm, würde man den Kindern wegnehmen, wenn sie sich so verhalten würden. Aber, ich will ja nichts sagen. So. Und jetzt hast du schon aufgegessen. Ich war, bist du süß. Jo. Und das sind ja die Zähnchen. Ich dachte, ach so, das ist ja, wenn die Kinder sind, dann bekommen die Zahnfee. Okay. Und das sind nicht Zahnen. Also, du musst einfach drücken. Hä? Dann kommt's raus. Ja, sorry. Muss ich das nicht antun? Was ist das? Erstes Mal bei der Tagespflege. Luca ist zum ersten Mal zur Tagespflege gegangen. Cool. So. Du bist auch unmerksam, Gordio. Ich muss, möchte was herausfinden. Und zwar. Ah, das soll ich mir. Okay. Ja, das gibt's. Das gibt's. So, jetzt waren wir einfach, bis Luca Kaka gemacht hat. Da hat er schon einen abgeknödelt. Ja, das hast du gut gemacht. Und ich mach schnell, probier ich's mal aus. Die Selbstständigkeit mach ich wieder an. Mal gucken, was die Kleinen so treiben. Okay. So. Das lässt du einfach Hunger, gell? Du brauchst doch auch Aufmerksamkeit. Da brauchen sie Aufmerksamkeit. Ah, 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 ah. So. Gut, du hast ihm beigebracht, ein bisschen zu kacken. Und dann lässt du ihn raus. Perfekt. Und da helfen wir ein bisschen nach. Du könntest euch um euch selber kümmern. Ihr habt hier hier ein Puppenhaus. Und hier habt ihr eine Rutsche. Und hier habt ihr Trübinium. Was, du? Oh, muss ich mal anhören. Du willst gebadet werden? Nee, musst du nicht. Aber du könntest ja ein bisschen mit ihm spielen. Lustig. Albernes Verhalten. Lustige Gesichter schneiden. Ja, wieso nicht? Nicht gemein. Ich will mal wissen, was es so viele Interaktionen gibt. Bösartig. Anbrillen. Nörgeln. Okay. So, lustige Geschichte schneiden. Warum lernt er die Töpfchenfähigkeit? Ja, rar, rar. So. Uh, schon Level 3, Fantasie. Fast Level 1. Wir können ja die... Ach, die Klötzern wir hier. Das reicht noch nicht. Ähm, ja. Verrappeln. Wat du feiern? Amor schick. Brrrr. Willst du dir? Ah, nee, bin ich gekakit. Ja, da, da. Ja. Oje. Dann. in die Haier gehen. Es war einmal ein Haus, da kam die böse Maus. Und dann, wenn, als sie weg war, tadaa! Ja, mir war es besser, das fällt mir gar nicht geil. Philipp ist zwar dumm, aber er ist ein liebevoller Vater. Auch wenn dieser Spiel Dämlichkeit fördert. So könntest du ihn vielleicht rauslassen. Das fände ich cool. Mal rauslassen. Ich muss dir noch was zu essen geben, aber ich will dir noch nicht vorstellen, was du machen sollst. Wer bin ich denn? Ich habe dich nur erschaffen. So. Dann, ja. Genau. Tore setzt ihn jetzt ab und wir machen ein Foto. Ist das überhaupt deine Tageskleidung oder ist das Winterkleidung? Ist der Alttraum, das Leben ist kein Ponyhof, selbst dann nicht, wenn Samuel schläft. Was für ein gruseliges Zeug. So. Dann will ich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich denen für Kleidung gegeben habe. Ah, das ist seine Alltagskleidung. Sehr schön. Du machst jetzt ein Foto von dem kleinen Schnuckipupsi. So. Foto machen von Samuel. So. Jetzt mache ich ein Foto von dir, mein Schatz. So. Natürlich groß. Du passierst schön. Oh, ich dachte süß. Haben wir noch so andere süße Posen. Ja. Na, machen wir das einfach. Dann machen wir hier so. Oh, du fragst dich, was der Papa da macht. Ja. So, du bist so süß, mein Schatz. Natürlich musst du auch von deinem anderen Sohn Fotos machen. Ja. Dann schauen wir mal, warum wir denn die da hier. 9, 8, 6, 8, uh, 12. Sobald bist du mit deiner Fotos 3 und dann so schlecht. Puh, so schlecht. So. Ähm, hier hingehen. Dann machen wir auch noch von dem kleinen Pupsilein Fotos von Luca. Natürlich ist er beim Puppenhaus der kleine P***o. Ja, warum spielst du denn gerne im Puppenhaus? Dann mache ich ein Foto davon. Du doch nicht. So. Nein, du machst jetzt ein Foto. Einfach Foto machen. Ne, eine Kamera da. Ich, äh, er sollte doch spielen, nicht das Spiel. Luca, Spiel, komm. Hast du aufgehört zu spielen? Ja, du spielst weiter. So, mit Puppen spielen. Und du machst ein Foto. Und du bist ruhig. So, Moment. So, Foto machen. Wie Luca mit seinen Puppen spielt. Oh, wie süß. So, dann natürlich groß. Er ist stolz auf seine Kinder. Ich weiß nicht, warum du mit Puppen spielst, aber vielleicht hat es einen größeren Sinn. So, das muss er natürlich festhalten. Natürlich hätte er nur ein Foto gemacht, aber bei den Sims, wo man mehrere Fotos machen. Also, die kann man verkaufen. Ach, wenn es doch nur einfach wäre, einfach Fotos zu machen und sie verkaufen. Und dann Geld reich, reich werden. Dann, was habe ich jetzt für Fotos verkauft? So, also das ist die Geburtstagsfeier von Zoe. Und auch mal hier daneben platzieren. Also, 14. Das kann man verkaufen. So, dann, das ist, verkaufen. Dann, das ist, ähm, immer verkaufen. Ohne Moment. Auch 14. So, dann. So, bevor ich hier, weil irgendwie, Ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie seltsam. Wieso kann ich das nicht anklicken? Das ist irgendwie seltsam. Ich dachte, das verkaufen. Das ist irgendwie seltsam. Irgendwas ist da komisch. So, dann schauen wir mal. ich verstehe das nicht ist jetzt auch egal hauptsache das foto die qualität wird ja eh nicht besser so rahmen hinzufügen helles holz rahmen hinzufügen helles holz so dann schreiben wir hier also das schreibt philipp jetzt so wie es geht so das schreibt philipp dann war ich das andere bild hin ach das ist ja das da so ich lasse sie lieber draußen weil ich habe angst weil irgendwas ist da komisch das holz das war samuel samuel ist und das schreibt philipp schön schon groß und hier läuft er sich selbst an so dann hängen wir die auf irgendwie das ist natürlich verdorben so dann momentan sagt und nicht so viel platz dann sagt dann kann man das auch noch hierhin hängen oh mein gott ist das also das ist so verwirrend muss man nicht verstehen das ist einfach hier einfach so ist es dann das philipps geburtstag und da ist so was ist denn da los muss man das verstehen muss man das verstehen könnte wieder so das ist also pupsige fotos von deinem sie ist gemacht so so was willst du denn frage von samuel anhören na la lass mal hören und bad mit nein könntest ihn bitten dass er dich bei dir beim kacken hilft wie wärs damit hier kacke windel hast du eine schmutzige windel an nein du wirst jetzt nicht gebadet ja du wirst deine windel gewechselt werden muss doch nicht gebadet werden das verbraucht viel zu viel wasser so wildkalt haben wir nicht wir brauchen das geld für das neue haus das erzählst du eigentlich verstehst du doch eh nicht philipp versteht auch so einiges nicht ja wer hat denn da in die will kacke gemacht wir müssen die beibringen aufs klo zu gehen ja aus der pfüren fernsehen mit mit wem ist so fernsehen den kleinen kinder oder was dann nein was wäre wieder aus so gebeten getragen werden soll dann bringen wir dir so du bist samuel samuel ist hier dann ja kopfchen töpfchen so heißt schon wieder tröpfchen ja ich bring dir tüpfchen bei ich bring dich dir bald aufs tüpfchen zu gehen so er lernt fantasiert vielleicht wird er dichter oder maler maler vielleicht ja ja er spielt familie wir bleiben auf dieser lüge von flip so und was ist nase voll von puppen hat dann hör auf puppen zu spielen wir rutschen rutschen oder warte 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 was ist das sagen wir haben was denn da los gut anfall bekommen ich glaube es hackt ja bist du eine technikerin an jedoch so und du musst einfach weiter waren wir heute bis von der erziehungsfähigkeit das wird das wird da haben wir es ja hier kleinkindemaßregeln sie 147 ja sie wird kann halt nicht aussteigen gegen diesen der rivalisierung stings ach du musst du musst die mit ihr anfreunden so ein bisschen so rutschen so bei dir sieht ja ganz okay aus und du schläfst du kriegst langsam hunger ja ich weiß auch nicht ich mein wir sollten uns vielleicht mal auf einen kaffee treffen oder so ja das wäre doch gut wenn wir uns mal treffen wird wir müssen das unbedingt aus der welt schaffen du kannst hallo ist jetzt aufgelegt ich meine viel zeit haben wir nicht aber du hast gelernt kaki zu machen wir müssen noch ein töpfchen dann warten wir noch mal mit zwei vielleicht wieder irgendwas kaufen ich habe hunger dann ist erst mal was und dann könnte sich um ein casting kümmern so verfügbare castings ansehen ja ich würde mich gerne bewerben was habt ihr denn für rollen so was wir denn hier im auswahl äh zur auswahl melodien der stadt Tee und heimtücke ja dann nehmen wir das davon die wir am meisten Charisma Level 7 Charisma Fähigkeit ja wir sind gerade bei Level 7 so dann du brauchst Spaß ja dann spiele auch mit deinem Papi wo ist denn das so freundlich Tratsch Smalltalk Geschichten Aktivitäten sprechen bei einem Kinderbuch lesen spielen na spiel mit ihm ach ja einmal rettern greifen jetzt kann Dominik greifen ach ist das süß und er kriegt Hunger Philipp was soll das was soll das du sollst mit ihm spielen kriegst du das hin Philipp kriegst du das hin oder brauchst du Unterstützung ich weiß nicht worauf ihr wartet aber dann wenn du schon nicht mit deinem Sohn spielen willst da könntest du wegen das der Klo sauber machen wo er reingekackt hat oh je was ist da passiert oh nein das ging zu schnell da geh zu Mami und hol dich aus wo ist denn Mami da ist sie so gemein beiß sie also kann sie hier gar nicht beißen äh essen nein zuwendung gibt's da nicht irgendwie bitte tröste mich Aktionen Hilfe hoch small talk knuddeln zuwendung ist echt nichts naja dann mach mal einfach so so wo gehst du hin dein Sohn hat Hunger würde ich vielleicht mal sagen dass du ihn fütterst keine Ahnung wer weiß wer weiß gut vielen Dank fürs Zuschauen falls euch die Folge gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen wenn ihr keine Folge verpassen möchtet und noch nicht abonniert habt würde ich jetzt auf abonnieren drücken und natürlich das lesen wir wieder einschalten bei der neuen Folge von die Sims 4 und schreibt doch in die Kommentare ist es bei euch auch so dass die Sims nicht das ausführen was sie sollen dass sie einfach keine Ahnung 10 Stunden warten dann die äh das was sie machen sollen beenden und nicht machen weil es fängt an zu nerven und ja ich mein ja ja versteht ihr was ich meine also das ist hier c'est la katastrophe wie die Franzosen sagen naja dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal